Waffenbehälter 1.8 Z Die größte Kanone, die auf dem Luftwaffe-Flugzeug gebastelt wurde, war doch eine 75mm Version der PAK-40. Es gab auch eine Version von der Henschel 129, die B3 Waffenträger, die hat auch eine 75mm PAK gehabt und die konnte man im Notfall abwerfen. Stimmt, war sogar im alten IL-2 drin. Da ist der Sekt abgebrochen. Das ist schon geil. Die Rakete ist direkt von oben von hinten. Also praktisch von 4 Uhr bis 5 Uhr hat er die abgefahren. Die ist voll durch den Rumpf und explodiert. Durch den Rumpf abgebrochen. Klicke. Wenn du die Belohnkanten überschlauen. Das kommt doch noch geflogen. Ein einzelner Flügel. Was so krass ist, ist bei BOS, wenn du im Zoo angreifst, das Ding explodiert dann. Du bist gerade in Tübe. Naja, nicht alt. Kessel brauchen wir natürlich. Kessel brauchen wir nicht. 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 Ohne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alle zwei Stunden oder so, das ist dann zwischenspeichert, weil es 24 Stunden dauert. Das geht ja gar nicht.